So. Hahaha. Ja. Nichts fällt hier. Ah. Nichts auf. So. Baby. Die gepeinigten Seelen von Pferden. Aua. Wie kommen denn hier noch? Doch, weil das kann doch nicht sein. Oder was? Au. Ah. Oh, verdammt. Nee, verdammt. Oh, leutis. Ah. Ah, verdammt. Weg, du missfehl. Ah. So. Ach, nee. 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 Ach, tot. Jetzt gibt's doch nicht. Ich mein, das kann doch nicht sein. Ja, doch. So. So. Oh. Boah. Energie. so ein schnelles shooter spiel habe ich das letzte mal vor zehn jahren ungefähr bei quake 3 arena gesehen also gibt es ja überhaupt nicht mein manier wütend sich an der zelt dran war aber ich krieg damals hoch aber alter funne aber leute ist energie verdammte ist tot ne gibt's doch nicht immer in bewegung bleiben nein Nein! Ah! Mein Amt! Neutis! Ah! Ah! Nee! Also, nee! Nein! Hatt mich! Ah! 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 Leute! Nein! Ah! Hier! Ah! Stürmt! Ja! Ah! Die sinkt nicht! Ah! Oh! So! Ach! Keine Energie! Ach! Tot! Ach! Ne! Leute! Das ist die Tipps nicht! Siebst doch alle nicht! Und da geht's! Oh! 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 Energie! Ah! Juh! Oh! Das kann man doch gar nicht überleben! Das geht doch gar nicht! Ich mein... Oder? Wie? Oh! Was ist das? Was ist das? hier weg ich hab schon so lange überlebt ich will jetzt nicht die ist tot das gibt es nicht so versuchen wir es hier nochmal wo ist die ecke da ist die ecke so schutzschild schutzschild da steht jemand ja schweine vieh nächsten bürger buch feuer jetzt kommen die nächsten kompon Oh! Ui! Trot! Wir sind auch fast tot! Oh! Verdammt! Oh, Leijis! Da huckt ne Auto! Ich bin gleich wieder da! So, Leijis! Äh... Ja... War bloß ne Auto! So, weiter! Ecke! Nein! Nein! Ah! So! Ecke! Oh! Tod, Leijis! Nochmal! Diesmal nehmen wir die andere Waffe und dann suchen wir uns wieder ein Kerzensächter und dann hupfen wir hier weg! Hupf! Ah! Da gibt's doch alles nicht! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Gibt's doch nicht, oder? Ja! So! Aua! Gleich sind wir tot! Weil wir keine Energie finden! Energie verdammt! Doch! Au! Da! Da! Ich glaube, du musst fehlen! Da! Da! Muss kommen! Tja! Hier kriegt er immer die Schweine! Da! Oder doch! Ah! Da! Da! Und die Niesen, oder? Na! Kommt schon! Kommt schon! Nein! Haha! So! Okay! 10 Energiepunkte nur noch! Wir haben nicht mehr viel! Hallo! der nächste und wir haben noch eine eigene diese rolle verdammt ein stück so leute es war gar nicht so einfach gar nicht so schwer man muss einfach nur nicht mit den gegnern kämpfen sondern einfach auf die mauer zu rennen auf den gegner springen über die mauer rüber hütteln haben wir gemacht weil dies heute diese leute ich glaube wir müssen die trotzdem alle töten aber ich komme ja nicht wo sind wir hier vor die helden jetzt aber ihr müsst schreien ohne oh ja mal die andere flinte so ist halt immer wie sie macht hat was auf leute was auf was jetzt wieder mal spielt und verzweifeln seid ihr nicht gerade da macht ihr es am besten nicht so also einfach hier da jetzt kann man sogar durch die monster gar nicht so jetzt heißt es flecken im ist hier ja gefakt So. Du hast gerade das zweite Element gefunden. Es fehlen noch zwei. Dein nächstes Ziel ist die Kammer des Horus. Gehe durch das Tal der Könige. Am Ende des Areals befindet sich ein Eingang. Ich spüre massive Turbulenzen in der Luft. Beeil dich. Wir müssen das Ziel vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Leutis. Verdammt. Weiter geht's. Fortsetzen. So. Ach, Leutisleut. Habt ihr sowas nicht? Oder? Das ist doch nicht. So. Weiter geht's. Kammer des Horus. Kammer des Horus. So, weiter geht's. Huch. Ein Speicherpunkt. Oh ja, du Mistvieh. Ich krieg dich. Huch. Tod machen. So. Oh. Deck. Ja. Ihr Mistviecher. Wir muten da. Stopp. Stopp. Ein Riesen... Ähm, ähm, ähm... Wiss ich nicht. Müssen. Wiss ich nicht. Wo ist er? Weg ist er. Da ist er. Wir haben ihn. Taro, Taro, mein Lieber. Huch. Stopp. Leutis, wenn das Spiel mal nicht der Kracher ist, oder? Auf CD-Kies.at. Unglaublich günstig. Teil 1 und Teil 2 zum Brot von einem. Hoho. Am gleichen Tag erhalten. Am gleichen Tag runterlangen. Am gleichen Tag spielen. Ist natürlich ein Steam-Kies. Hier muten auch wieder was. So. Rüstung ohne Ende. Huch. Wer mutt denn hier? So. Missviecher. Oh, einer. Verdammt. Wieder so ein riesen... Ding. Stürb, du riesen Ding. So. Oder warte, wenn das mich in Action pur ist, hier ohne Ende. Roboter. Stürb, du Roboter. So. So, verdammt. Huf. So. Huf. Munition alle, Leute. Munition alle. Oh, verdammt. In diesem Missvieh. Stopp. Stopp. Na, wo ist du? Hat auf der End was. Und nach diesem Teil werden wir natürlich Teil 2 auch noch zusammen spielen, Leute. Analysiere. Puff weg. Huh. Oh, Frösche. Strohhalm, bitte. Verdammt, hier. Aua. Aua. Oh, Karose vom Fröscher. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Schrot. Munition. Oh, ist das denn? Oh, ist das denn? Well, jetzt ist das. Gut, gut. Hefte rein. Why? Der ridere ZTC. Oh, schuldigung. Oh, geht's. Oh, Gott. Oh, ich kann das. Oh, gut. Oh, ich kann das. Ah, eine riesengroße, mördermäßige, heftige Raketen. Damit gibt es noch richtig Rambazamba, Wachter. Machen wir jetzt hoch. Ah, verdammte Scheiße. Arschlecken hier. Yo, Babys. Ein Raketenwerfer. Gibt es ja nicht. Ah, tot. Aber ich habe auch ein Raketenwerfer. Yo, ohne Ende hier. So, mein lieber großer Mann, du stirbst, du stirbst. Oh, verdammt. Das ist ein Endboss, da oben. Seht ihr, die grüne Leiste, Leute? Au. Ein Schuss und wir sind tot. Oh, wieder tot. Die brauchen Energie. Ganz ring. Tot. Tot. Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch nicht. Ja Babys! Ach ne, eine Kröte an uns geht. Eine Kröte an uns geht. Eine Kröte an uns geht. Ah, jetzt schieße ich ja durch. Du stirbst aber nicht. Oh, gut. Ach mann. Oh, ja. Oh, ja. Das ist viel. Ja Babys, wir haben ihn. Jetzt wird ernst. Sagt Mr. Sam. Serious Sam. So, Alter. Ja. Ich hab mal einen Ketten, der wie ein Schweine runterhubt. Dank. Ah, okay. Jo, da einer hin. Ah. Dump. Ist das? das ist ein schalter so wir müssen alle tasten wahrscheinlich gleichzeitig drücken ok ich gehe weg nein Neeeeeeeeeeen Tod Och nööö Och nööö Kann man vielleicht wie bei Quake so ein Rocket Jump nach oben machen? Rocket Jump! Oh, bei Quake ging das Auf der Erde schießen und hochkatapultieren Okay Jetzt mal alle töten hier No? Hmm Hm. Hm. So. So. Energie. Weiter. Nein. Lasst mich in Ruhe. Oh, verdammt. Rüstung. You Judea. Idolatile. Right? Pikachu, Seth. But God. Was the mission for this? Oh. You look interesting. You should have left alone the hospital and let me look the same. The other. Heck yeah. Ich hab ein Messer hinweg hier. Ohhhh. Gibt's doch nicht. Ich hab's ja unter Wasser was schönes. Oh. 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 Ah. Ein Fisch. Ah. Tot. Verlangt der Fisch. Oh. Ne. Fäße hier. Vielleicht müssen wir die gar nicht tun. Vielleicht müssen wir auch noch schnell sein. Oh. 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 Und jetzt aber schnell. Nächster Schalter. Dann haben wir ja das geschafft, luetis. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Das Angst, schnell, holst ihr, Serious Sam. Ja. Ah. Jetzt, Speicherpunkt. Oh, ein Glück. Oh, tot. Oh, ich habe mich nicht tot gespeichert. Ne. Oh, ein Glück. Oh, doch. Ah, Leute, hier ist... Nein. Nein. Das gibt es noch nicht. Das gibt es noch nicht. Geh weg hier. Oh. Das schaffen wir noch irgendwie. Das schaffen wir noch nicht. Ah. Ah. Oh. Nein. Ach, nö. Nicht gestanden. Ah. Haha. Schweine Hund. Verdammte Schweinehund. Da, da, da. He, he, he. Huch. Kulan. Grüne Kulan. Sturm. Oh. Kulan. Kulan. Aua. Lalalala. Hui. Hui. So. Schrozelnd. Ab. Mach mal. Leute. Scheiße. Ja, was? Oh. Ich hab das doch nicht nur geschafft, um hier ein Dorn zu sterben. Das geht doch nicht. Ah. So. So.